Hi everyone, ich freue mich hier zu sehen zum Channel von Mama Lott. Und heute machen wir eine Schminkaktion von Mama, aber nicht in diese Schminkaktion, sondern in die Erwachsenenschule. Und dann schminke ich mich. Okay, was willst du? Meine Schmink. Okay. Du kannst auch ein bisschen sehen. Okay. Okay. queens. okay, so ich möchte, ob ich dich alles hinunterlange. Okay. Okay. Wie ist unsere Schminkaktion? Ja, ein Luss. Na, ich liebe dich alle. Okay. Ja, sieben. Jetzt schnell. Ich bin die Klinikin, du musst das nicht machen. Kommt die hier hin? Stimmt, Mama? Nein, stimmt, war Julep. Egal, jetzt, okay. Kommt die da hin? Okay, guck mal, wo kommt die hin eigentlich? Na, hier, aber nicht bei Julep. Okay, ich war Julep, aber okay. Ja, ich war Julep. Okay. Okay, und jetzt? Ich weiß nicht, du bist doch mein Make-up-Artist. Ach, ich weiß nicht, du bist doch mein Make-up-Artist. Ja, das brauchst du hier. Ja, das brauchst du hier. Okay, dann brauchst du hier ein... Ja, was ist das? Hier. Ja, für dich? Ja, ich bin brau. Ob es brau? Ob es brau. Ich bin mir da. Äh, das ist für deine Sitze. Nein, das ist hier. Wachen. Wollen wir sie backen? Ja. Wachen. Ah, Jusinu. Hahaha. Nächste? Okay, Nächste? Was ist Nächste? Okay, jetzt brauchen wir ein Lippenstück. Okay, das ist ein Lippenstück. Nächste? Nächste! Schnell! Wir müssen nach der Schilddrüse gehen! Was ist das? Die Augen! Das ist hier! Die Augen! Okay, jetzt brauche ich ein Lippenstück. Was ist das? Wie ist das Blast an hier? Da brauchst du so, solche! Was? Ja! Ja? Nicht nur eine Seite! Zweite! Und musst du! Schmieren! Schmieren! Nicht die! Masiere mit dem! Okay! Fertig jetzt! Kassler! Ich bin nicht jemand. Mach ihn nicht! Oh ja, fertig! Und kass dich, Gemma? Fertig! Kannst du jemandenstück in den Kissen nehmen? Was ist das? Halt. Was geht denn mit dem Hinten? Ich mach es. Kannst du euch immer wieder mit dem Hinten? Kannst du dir immer noch was ich nicht? Ja. Ich würde mich einfach auf den Fußhaken. Ich würde mich nicht so nennen. Kannst du mich jetzt auch mit dem Hinten schlägen? Dingeln! Dingeln! Ich bin nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020